Oh, Super Mario 64. Oh, wie geil ist das denn? Oh, Sunshine. Ja, Sunshine. Oh, und dann kommt das Ziel des Galaxy, oder? Oder? Jawohl, Galaxy. Nice. Okay. Und was ist mit Galaxy 2? Moment mal, Galaxy 2? Da fehlt auch... Also gibt es kein Super Mario Galaxy 2 in der 3D-Collection? Ach, Mann. Das ist so schade. Warum, Nintendo? Warum? Warum? Ach, Mann. Diese Frage muss ich mir immer stellen. Warum? Warum? Tja, das kann ich ganz leicht beantworten. Und zwar, Super Mario Galaxy 2, das existiert nicht. Wie meinst du, dass es nicht existiert? Na klar, existiert es. Das ist das beliebteste Game, was viele feiern. Ja genau, Super Mario Galaxy 2. Wer kennt es nicht? Den Klempner, der ja in der Galaxie seinen zweiten Auftritt hatte und... Ja, Bowser besiegt. Oh ja, Bowser. Oh ja, Bowser. Hä, Bowser tut er doch daran besiegen. Naja, ähm... Naja, es existiert nicht. Tja, warum... Warum... Warum soll Galaxy 2 hinzugefügt werden? Denn das Spiel ist eigentlich richtig schlecht. Ja, da haben wir abgestimmt. Das Spiel ist schlecht. Also existiert es nicht mehr. Es existiert nicht mehr. Es gab kein Super Mario Galaxy 2. Und wird es auch nie geben. Was labert der Typ da? Alter, der ist echt verrückt. Naja, wenigstens rede ich nicht mit mir selbst. Äh, doch, das tust du. Äh, aber egal. Melinda, kauf gleich 100 Stück für die 3D Collection. Wir verkaufen das für einen Wucherpreis weiter. Okay, Boss. Wird gemacht. Wir verkaufen das für einen Wucherpreis.